Hochzeit, das war also, also von draußen schon, liebe Leute, was immer heute, Hochzeit, hoch. Hoppsa Polka getanzt. Unser lieber Erika lobt so gern Amerika, aber Erika vergisst, dass die Speck von Russland ist. Uns geht's gut, uns geht's gut, wir leben ohne Sorgen, wenn die Leute Mittagessen essen, essen wir zum Morgen. Wenn man reichlich, also Nudelsuppe gegessen hat, Nudelsuppe, das Tradition bei uns war, also Strudel dann, Kompott getrunken, dann singt man. Also Anne-Marie, das war verbreitertes Scherzlied der Deutschen in Zentralasien. Ei, Anne-Marie, wo willst du denn hinaus? Anne-Marie, wo willst du denn hinaus? Ich will in Städtelein, wo die Soldaten seien. Ei, guck mal dort, die Anne-Marie. Ich will in Städtelein, wo die Soldaten seien. Ei, guck mal dort, die Anne-Marie. Anne-Marie, wie heißt denn dein Sohn? Mein Sohn heißt Waldemar, weil es im Walde war. Ei, guck mal dort, die Anne-Marie. Mein Sohn heißt Waldemar, weil es im Walde war. Ei, guck mal dort, die Anne-Marie. Wo ist sie? Die Anne-Marie. Wenn das ist, ist sie. Wenn das ist, ist sie.